Es war irgendwo natürlich auch eine Genugtuung, weil man ja lange dafür gearbeitet hat und man bringt ja keine Musik raus, damit dann niemand was drüber sagt, weil dann kann man auch nur für sich selbst Musik machen. Es war überfordernd zeitweise. Es war nicht hundertprozentig positive Resonanz. Deswegen war es auch, wenn dann irgendjemand im Internet sagt, was für ein Arschloch der ist, der dich überhaupt nicht kennt. Damit muss man auch erst mal lernen umzugehen. Ich glaube, ich habe lange genug darüber nachgedacht, wie das wohl sein könnte. Und als es dann wirklich kam, habe ich es irgendwie gut geschluckt. Und jetzt ist es ja auch wieder vorbei. Jetzt ist es ja auch normal. Ich habe viel gemacht zu Hause. Ich habe zwei Songs ganz fertig geschrieben und an einem dritten und vierten so ein bisschen weiter gemacht. Und ich bin zufrieden bis jetzt. Ich habe jetzt fünf Songs, die komplett fertig sind. Fünf, sechs, so je nachdem, wie man es nimmt. Also jetzt tun wir erst mal bis Ende des Jahres und ich versuche halt immer, wenn ich Zeit habe und Lust habe, Songs zu schreiben. Und dieses Jahr werde ich es nicht mehr schaffen und Markus, mit dem ich es wieder mache, auch nicht. Und dann muss man, glaube ich, nächstes Jahr in der zweiten Hälfte des Jahres, wenn dann auch wirklich alle Songs stehen, anfangen. Und das klingt jetzt wieder wie eine total lange Zeit, aber das vergeht auch so schnurstrack so. Das wird nicht so lange dauern. Ich glaube also frühestens 2018 dann ein neues Album. Philipp muss ich ja nichts sagen. Philipp kenne ich ja seit vielen Jahren schon und der war vorher bei César und ich habe natürlich mitgekriegt, dass der Solo-Kram macht und es macht einfach Sinn. Da schließt sich dann hier halt irgendwie der Kreis. Wir hatten unsere ersten richtigen Konzerte als Vorgruppe von César und jetzt ist Philipp mit seinem neuen Ding Vorgruppe bei Drangsal und es wird auch immer so weitergehen. Bis es irgendjemand mal rausschafft aus dem Teufelskreis. Von der Ringe habe ich das erstmal gehört über diese Staatsakt-Compilation Keine Bewegung, wo der Song Das Goldene Ticket drauf war. Den fand ich super. Und dann war ich letztens mit Christoph, meinem Drummer, im Antje Oecklsund in Berlin, wo die gespielt haben. Megamäßig. Und da stand es auch schon echt im Raum. Irgendwie Tammo von Trümmer, der ja auch der Booker ist, von der Ringe hat es mir irgendwie vorgeschlagen und es hat Sinn gemacht. Fabian wollte ich schon, seit ich dies erst mal vor zweieinhalb Jahren in Leipzig live gesehen habe, mit denen irgendwas machen. Ob es ein Song ist oder auch einfach nur wieder auf ein Konzert gehen oder halt die mit auf Tour nehmen. Und jetzt ist es soweit. Und Flut, lustigerweise, Flut wurde uns vorgeschlagen. So, ja, wen wollt ihr eigentlich in Österreich mitnehmen? Und ich war so... Und dann haben die Flut-Jungs oder irgendjemand, der für die halt zuständig ist, gefragt. Und ich habe mir das angehört und ich war so... Ja, Mann. Das ist halt so die 80er-Kiste noch so ein bisschen überspitzter. So mit Foguhila und Flying V-Gitarre und Vocoder. Und es ist so richtig so... Es ist fast schon irgendwie... Das ist dann echt fast schon zu viel. Aber es ist halt... Ich finde ja zu viel auch immer gerade... Gerade genug. Deswegen... Das ist halt wie ein Ding. CDR kann mit Foguhila und Ưering pissungen auf Foguhila, Aber es ist dass Man neighbor, wenn ihr ganz schön hust seid, Fly wo Korea live gesehen hat und Und wir werden vom selbst minorities